Sie wollen die nächste Generation inspirieren. Die nächsten zwei Wochen sollen unvergesslich bleiben. Mit dem gemeinsamen Ziel von Spielern und Fans, dem Titel an der Heim-EM. Wir spürten es schon vor der Euro und nach den Gruppenspielen hatten wir die Gewissheit, die Fans stehen voll hinter uns. In schwierigen Momenten haben sie zu uns gehalten und uns ermutigt. Das hat uns echt geholfen. Ein Spiel dauert bis zur letzten Minute. Die Fans waren unser zwölfter Mann und haben uns viel Kraft gegeben in diesen Partien. Dimitri Payet verkörpert alles, was die Fans sehen wollen. Er ist höchsthalentiert, leidenschaftlich, kreativ und engagiert. Für die Nationalmannschaft ist er unentbehrlich seit seinem Siegtreffer im Eröffnungsspiel gegen Rumänien. Payet, Frappe du Pied gauche! Dieses Tor wird mir immer in Erinnerung bleiben. Es war ein wirklich schwieriges Spiel und der Treffer gelang mir in der letzten Minute. Das war eine riesen Erleichterung. Ich musste bis dahin einen langen Weg gehen. Noch vor ein paar Monaten war es alles andere als klar, dass ich an der EM dabei sein würde. Also habe ich hart gearbeitet und in diesem Moment hat sich das ausbezahlt. Das Tor im Start des Velodromes war wieder speziell für mich, weil ich vor einem Jahr noch dort spielte. Das war erneut ein tolles Gefühl. Payet ist nicht das einzige grosse Vorbild für die französische Jugend. Denn neben den erfahrenen Spielern verfügen Le Bleu über einige junge Top-Spieler. Paul Pogba hat überzeugt, seit er in die Startelf zurückgekehrt ist. Und Antoine Griezmann hat seine Qualitäten mit seinen späten Treffern gegen Albanien bewiesen. Wir haben eine wirklich tolle Mannschaft gesehen in den Gruppenspielen. Der Coach hat in jedem Spiel rotiert und wir wurden immer besser. Das zeigt, wie breit unser Kader ist und dass wir eine vereinte Gruppe sind. Im Spiel wird diese Solidarität immer grösser. Es sieht also gut für uns aus. Die Gastgeber suchen den Weg in den Viertelfinal in Lyon. Hier fanden schon vier Spiele statt, unter anderem das 3 zu 3 zwischen Ungarn und Portugal. In Lyon gibt es auch einen Halbfinal zu sehen. Die Gastgeber suchen den Weg in den Viertelfinal in Lyon.